Ich heisse Jana und komme aus Konufingen. Ich heisse Mina und komme von Alkenflühe. Ich bin schon das vierte Mal hier. Ich habe es vermisst. Ich war letztes Jahr dabei. Letztes Jahr war es leer im Vergleich zu jetzt. Es ist einfach schön, ein bisschen Leben zu haben. Es hat coole Cosplays, aber es ist ein bisschen heiss. Ich habe auch wieder die Leute gesehen, die man seit langem nicht gesehen hat. Ein bisschen die Zoll rauslassen, sage ich auf gut Deutsch. Ich finde es so cool, wieder die Zoll rauszulassen. Ich bin jetzt mit ihr mitgegangen. Ich habe das erste Mal richtig Cosplay an. Und ich freue mich einfach hier zu sein. Für mich ist es schon das ganze Highlight.